Finnland schließt seine Grenze für die meisten Reisenden aus Russland. In der Nacht zum Freitag treten deutlich verschärfte Visa-Regeln in Kraft, wie das finnische Außenministerium mitteilte. Es seien nur noch Einreisen aus familiären und medizinischen Gründen möglich oder für russische Bürgerinnen und Bürger, die in Finnland arbeiten oder studieren. Aus touristischen Zwecken ist der Grenzübertritt nicht mehr erlaubt. Aus Angst vor Putins Teilmobilmachung waren in den vergangenen Wochen viele, vor allem junge Menschen aus Russland in die Grenzländer geflohen. Russlands andere EU-Nachbarn Estland, Lettland, Litauen und Polen hatten die Einreise für Touristen aus Russland schon am 19. September beschränkt.